Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Im Herbst 1914 sitzt ein junger Flugzeugingenieur auf einem Wachtboot auf der Weichsel. Seit Juli befindet sich Österreich-Ungarn in einem Krieg, der später als der Erste Weltkrieg in die Geschichtsbücher eingehen wird. Doch der 25-jährige Ingenieur an der österreichischen Ostfront interessiert sich nicht für den Krieg, für den er sich immerhin freiwillig gemeldet hat. Er hat einen Artikel in einer Zeitschrift entdeckt, der ihn viel mehr fesselt als alles andere um ihn herum. Es geht um die Klärung eines Verkehrsunfalls vor einem Pariser Gericht. Der Unfall liegt bereits ein Jahr zurück und komplizierte Verkehrsunfälle mit Automobilen sind in Europas Großstädten noch etwas Besonderes. Um den genauen Verlauf des Geschehens zu rekonstruieren, stellt das Gericht den Unfall in Form eines Miniaturmodells nach. Spielzeughäuser, ein Spielzeuglastwagen, Spielzeugmenschen und ein Miniaturkinderwagen werden postiert und verschoben. Der Ingenieur ist fasziniert. Wie kann es sein, dass ein Modell stellvertretend die Realität abbildet? Nun, erstens dadurch, dass die Figuren den realen Objekten möglichst genau entsprechen. Und zweitens, indem die Beziehung der Figuren zueinander mit der tatsächlichen Beziehung der realen Objekte exakt übereinstimmt. Doch wenn man die Realität durch Figuren abbilden kann, lässt sie sich dann nicht auf die gleiche Weise mit den Figuren des Denkens, den Wörtern, abbilden? Im Satz, notiert er in sein Tagebuch, wird eine Welt probeweise zusammengestellt. Wie Descartes zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges der Philosophie einen kräftigen Stoß in eine neue Richtung versetzt hatte, so veränderte auch der Flugzeugingenieur zu Beginn des Ersten Weltkriegs die Richtung der Philosophie. Radikaler als jeder andere vor ihm stellte er die Logik der Sprache in den Mittelpunkt des Denkens. Und diese Wende machte ihn zu einem der einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Sein Name ist Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein wurde 1889 in Wien geboren, in der Stadt Sigmund Freud, Ernst Machs, Gustav Mahlers und Robert Musils. Er war der jüngste von neun Kindern des großindustriellen Karl Wittgenstein, einem der mächtigsten Stahlmagnaten seiner Zeit. Wittgensteins Mutter war Pianistin und die Mischung aus kaufmännischem Geldadel und musischer Sensibilität in der Familie Wittgenstein erinnert nicht wenig an Thomas Manns Buddenbrooks. Verglichen mit dem Schicksal der neun Wittgenstein-Kinder allerdings waren Thomas, Christian und Tony Buddenbrook fast normal. Ein Sohn wurde ein berühmter Pianist, doch gleich drei der Kinder begingen später Selbstmord. Auch Ludwig war ein auffallend überspannter Charakter, mal unsicher und stark depressiv, ein anderes Mal arrogant und rechthaberisch. Wie alle Wittgenstein-Kinder wurde Ludwig privat unterrichtet. Erst mit 14 kam er in eine Schule. Anders als die anderen Philosophen, von denen bisher die Rede war, war er kein guter Schüler. Doch das Abitur, das er mit Ach und Krach erwarb, ermöglichte ihm ein Studium der Ingenieurwissenschaften. Wittgenstein hatte ein ausgeprägtes Faible für Technik und Maschinen, nicht ungewöhnlich in einer Zeit, in der Ingenieure mit Automobilen, Flugzeugen, Fahrstühlen, Wolkenkratzer und Telefonen das Leben revolutionierten und die Moderne einläuteten. 1906 schrieb er sich an der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg ein, einer Universität von Weltrang. 1908 wechselte er nach Manchester und arbeitete dort mit wechselhaften Beschick an Flugzeugmotoren und Propellern. Besonders fasziniert jedoch war er von Logik und Mathematik. Er besuchte den Mathematiker Gottlob Frege in Jena, der relativ unbeachtet von der Außenwelt die allgemeinen logischen Gesetze nicht nur der Mathematik zu enträtseln versuchte. Frege erkannte Wittgensteins Talent und verwies ihn auf die philosophischen Kapazitäten der Zeit. Alfred North Whitehead und Bertrand Russell an der Universität Cambridge Wittgenstein schrieb sich im Trinity College in Cambridge für Philosophien ein, aber der verehrte Russell hielt den überdrehten jungen Ingenieur zunächst für einen Schwätzer. Nach der Vorlesung kam ein hitziger Deutscher, um mit mir zu streiten. Eigentlich ist es reine Zeitverschwendung, mit ihm zu reden. Doch Russells Bild sollte sich wandeln. Schon nach wenigen Wochen hielt er Wittgenstein für ein Genie und stellte die Brillanz seiner Gedanken sogar über die eigenen. Er ließ zu, dass Wittgenstein seine Prinzipien der Mathematik kritisierte und zu verbessern suchte. Und er hoffte, viel von dem 17 Jahre jüngeren Österreicher zu lernen. Wittgenstein machte sich mit großem Furore ans Werk, unterbrochen nur von ausgiebigen Reisen, vor allem nach Norwegen, wo er sich eine Hütte am Fjord bauen ließ und mit einem Freund aus Cambridge seine Homosexualität auslebte. Doch er wollte viel mehr als nur eine Verbesserung der Russellschen Logik. Seine Bemühungen galten einem eigenen ultimativen Werk, der logisch-philosophischen Abhandlung. Im Krieg führte er die Studien fort und der Anspruch wurde immer größer. Ja, meine Arbeit hat sich ausgedehnt von den Grundlagen der Logik zum Wesen der Welt. Noch vor Kriegsende im Sommer 1918 war das Buch fertig. Erschienen freilich ist es erst 1921 in einer Zeitschrift. 1922 wurde eine zweisprachige Ausgabe unter dem heute bekannten Titel der englischen Übersetzung veröffentlicht. Ein Bändchen von nicht einmal hundert Seiten, durchnummeriert in Sätzen und Absätzen mit einem auffälligen Zahlensystem, das Wittgensteins Sätze wie Bibelverse zitierbar macht. Die Reaktion in Cambridge und in der philosophischen Welt Westeuropas war enthusiastisch. Was machte den schlechten Schüler zu einem Kometen am Firmament der Philosophie? Und worin lag seine allseits gefeierte Genialität? Wie sich an der Geschichte mit dem Modell des Pariser Verkehrsunfalls sehen lässt, bestand Wittgensteins bahnbrechender Gedanke darin, die Sprache in den Mittelpunkt der Philosophie zu rücken. So erstaunlich es klingt, bis dahin war die Sprache ein Stiefkind der Philosophie gewesen. Natürlich war allen Philosophen klar, dass sie ihre Gedanken in Worten und Sätzen ausdrückten, aber die Abhängigkeit ihrer Gedanken und ihrer Schlussfolgerungen von den Mitteln der Sprache wurde ihnen nur sehr selten zum Thema. Selbst Kant, der, wie wir im zweiten Teil noch sehen werden, die Spielregeln unserer Erfahrung und unseres Denkens in den Mittelpunkt seiner Philosophie gerückt hatte, hatte sich dabei kaum mit den Nöten und Notwendigkeiten der Sprache befasst. Das gleiche Versäumnis fand Wittgenstein bei Whitehead und Russell vor. Wie wollte man die Logik in der menschlichen Erfahrung und der menschlichen Erkenntnis der Welt aufschlüsseln, wenn man die Logik vernachlässigte, in der diese Logik formuliert wird? Alle Philosophie, setzte Wittgenstein dagegen, ist Sprachkritik. So weit, so berechtigt, doch wie sollte die Korrektur oder der Gegenentwurf aussehen? Wittgenstein dachte an den Verkehrsunfall, bei dem die Figuren und ihre Beziehung zueinander die Realität abbildeten. Das gleiche geschieht in einem Satz. Seine Wörter und dessen Satzbau bilden die Realität ab. Die Substantive, Namen, entsprechen den Dingen der Welt. Und ihre Bedeutung erhalten sie durch ihr Zusammenstehen im Satz. Stimmen Namen und Satzbau mit den Dingen und der Anordnung der Dinge in der Realität überein, ist ein Satz wahr. So jedenfalls das Prinzip. Denn damit ein solcher Spiegel die Wirklichkeit auch tatsächlich spiegelt, müssen alle Konstruktionsfälle behoben werden. Im Falle der Sprache bedeutet dies, dass sie gegenüber ihrem tagtäglichen Gebrauch optimiert werden muss. Abgeschafft werden müssen alle sinnlosen Sätze und alle unsinnigen Sätze. Sinnlose Sätze sind solche, die, um auf wahr und falsch überprüft zu werden, gar keine Realität brauchen. Zum Beispiel, grün ist grün. Und unsinnige Sätze sind die, die gar nicht daraufhin überprüft werden können, ob sie wahr oder falsch sind, weil ihnen in der Wirklichkeit gar nichts entspricht. Zum Beispiel, der Satz, den ich hiermit ausspreche, ist falsch. Wittgenstein war dabei so konsequent, dass er selbst alle moralischen Aussagen aus der Sprache verbannen wollte, weil gut und schlecht ja gar keine Dinge abbilden, die es in der Realität gibt. Moral könne deshalb allein in einer Zeichensprache, einer Geste oder einem Blick zum Ausdruck kommen. Denn was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen und wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Wittgensteins Traum war eine Präzisionssprache, die es ermöglicht, die Realität in allen Lebensbereichen objektiv zu erfassen und zu beschreiben. Zunächst inspirierte er damit die Ernst-Mach-Gesellschaft, eine Gruppe von Wissenschaftstheoretikern und Philosophen in Wien, die sich 1922 zum Wiener Kreis zusammenschlossen und versuchten, Wittgensteins Programm auszuarbeiten. Obwohl der Kreis 14 Jahre daran arbeitete, scheiterte das Projekt auf der ganzen Linie. Und man darf wohl sagen, zum Glück. Denn was hätte dabei herauskommen sollen? Was für eine autoritäre Sprache wäre dies gewesen? Und wie totalitär wäre eine Gesellschaft, die ihren Bürgern eine Präzisionssprache vorschriebe? Wie viel ginge verloren, wenn Lehrer in der Schule ihren Schülern einbläuten, keine zweideutigen Sätze mehr zu schreiben, keine Ironie zu verwenden, keine Metaphern zu gebrauchen? Und selbst wenn Wittgensteins Reform nur die Philosophie erneuert hätte, wie langweilig wäre sie geworden? Der Grund für das Scheitern der Präzisionssprache aber liegt nicht an der schlechten Arbeit des Wiener Kreises. Er liegt viel tiefer. Denn eine Präzisionssprache ist im Wortsinne unmenschlich. Ein tiefgreifendes Missverständnis der menschlichen Evolution und der grundsätzlichen Funktion der Sprache. Denn der Motor in der Entwicklung der Sprache war ganz offensichtlich nicht die Sehnsucht nach Wahrheit und Selbsterkenntnis. Vielmehr dürfte der Antrieb aus den sozialen Bedürfnissen der Verständigung entstanden sein. Wittgenstein dagegen betrachtete die Sprache wie ein alleiniges Erkenntnisinstrument. Er sah sie wie ein Techniker und Ingenieur und bewertete ihre Tauglichkeit ausschließlich nach der Logik. Diese Überbewertung teilte er mit Whitehead und Russell, die die Logik für so etwas wie die Weltformel des Denkens hielten, was sie nicht ist. Sie ist ein Mittel des Denkens unter anderem und sie ist ein Element der Sprache. Alles nach den Gesetzen der Logik zu bewerten, führt in der praktischen Lebenswelt ins Absurde. Um zu verstehen, wie hochintelligente Menschen wie Russell und Wittgenstein dazu kamen, die Welt allein nach den Regeln der Logik erklären zu wollen, muss man sich die Atmosphäre in Cambridge zu jener Zeit vergegenwärtigen. Eine sehr pathetische Atmosphäre. Der Aufbruchsgeist der Techniker und Ingenieure hatte die in den Jahrzehnten zuvor eher inspirationslose Philosophie erfasst und erlebte in Cambridge eine Blüte. Zwar wussten Russell und Wittgenstein nicht recht, ob sie die Philosophie auf ihre Weise zu einem Höhepunkt führen oder ob sie sie am Ende vielleicht sogar abschaffen würden. Aber sie waren so erregt von ihren Ideen, dass sie glaubten, auf alles verzichten zu können, was das Leben erst rund macht. Gegenüber den anderen Wissenschaften vom Menschen zeigten sie sich dabei erschreckend arrogant. Wittgenstein hatte Freud gelesen, aber da er ihn nach seiner Brauchbarkeit für die Logik begutachtete, fand er die Psychoanalyse ebenso unfruchtbar wie die Psychologie. Die Hirnforschung kannte er nicht, was man ihm in seiner Zeit auch nicht übel nehmen kann. Ramon Igarhal oder Sherrington waren den meisten Denkern der Zeit völlig unbekannt. Wittgensteins philosophische Bildung war überschaubar, ganz anders als etwa diejenige Russells. Deshalb machte er sich auch kaum Gedanken über die Frage, ob der Mensch die objektive Realität überhaupt adäquat erfassen kann, die allerspätestens seit Kant die Philosophie bewegte. Er fragte auch nicht nach der Psychologie der Wahrnehmung, die viele seiner Zeitgenossen beschäftigte. Und er kümmerte sich in seinem Traktatus nicht im Mindestens um den sozialen Kontext der Sprache und des Sprechens. Nur so erklärt sich, dass Wittgensteins idealer Mensch die Sprache etwa so benutzen sollte, wie der elfjährige Josef, von dem Oliver Sacks in seinem Buch »Stumme Stimmen« berichtet. Josef sah, unterschied, kategorisierte, benutzte. Er hatte keine Schwierigkeiten mit perzeptueller, auf Wahrnehmung beruhender Kategorisierung und Generalisierung, konnte aber, wie es schien, nicht sehr weit darüber hinausgehen. Er machte den Eindruck, als nehme er alles wörtlich, als sei er nicht in der Lage, mit Bildern, mit Hypothesen, mit Möglichkeiten zu spielen oder das Reich der Fantasie oder der Metaphern zu betreten. Wie ein Tier oder ein Kleinkind schien er in der Gegenwart verhaftet und auf die konkrete und unmittelbare Erfahrung beschränkt. Nur wurde ihm dies durch ein Bewusstsein, das ein Kleinkind nicht haben kann, ständig vor Augen geführt. Die Pointe an Josefs Geschichte ist, dass Josef kein Schüler ist, der mit Wittgensteins Präzisionssprache traktiert wurde, sondern ein gehörloser Junge, der während der ersten zehn Jahre seines Lebens ohne Gebärdensprache aufwuchs. Josefs Erfahrung der Sprache kennt keine Schattierungen, die durch ihren Gebrauch entstehen. Denn den Sprachgebrauch hat er nie erfahren, weder als Lautsprache noch als Gebärdensprache. Gleichwohl aber verfügt Josef über ein Wortverständnis und ebenso über ein unmittelbares Gespür für Syntax. Sein Sprachverständnis ist damit im elementaren Sinne logisch, aber es ist nicht sozial. Die Erklärung dafür ist bekannt. Seit der entsprechenden Theorie des amerikanischen Linguisten Norm Tkomsky aus den 1960er Jahren gilt als sehr wahrscheinlich, dass Menschen mit einem angeborenen Sinn für Sprache und Grammatik zur Welt kommen. Kleinkinder lernen ihre erste Sprache dadurch nahezu automatisch. Sie wächst in ihnen auf ähnliche Weise wie die körperlichen Gliedmaßen. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Kleinkinder die Sprache, die sie hören, nachahmen können. Wie wilde Schimpansen verwenden Menschen nur etwa drei Dutzend verschiedene Lautäußerungen, aber sie können aus ihnen komplizierte Sätze formen. Bei Schimpansen, so scheint es, hat jede Lautäußerung eine bestimmte Bedeutung. In der menschlichen Entwicklung dagegen haben Laute wie Ba oder Do ihre Bedeutung nach und nach verloren. Sie wurden zu Silben. Das heißt, Menschen verbinden bedeutungslose Laute zu bedeutungsvollen Wörtern. Warum dieser Prozess bei Menschen, anders als bei anderen Menschenaffen einsetzte, ist umstritten. Ein Grund mag sein, dass sich der Kehlkopf in der Entwicklung des Menschen allmählich absenkte, was die Möglichkeit der Lautsprache stark erweiterte. Doch auch dafür fehlt bis heute eine gute Erklärung. Bekannt dagegen ist die Gehirnregion, die unsere Grammatik ermöglicht. Die Leistung, aus einer Abfolge von Lauten mithilfe einer Gliederung Bedeutungen zu formen, erbringt das Brockerareal. Es liegt etwas oberhalb unseres linken Ohrs. Bis zum Alter von etwa drei Jahren bilden Kinder ihre Sprache fast überwiegend hier aus. Hat Komsky mit seinem angeborenen Sinn für die Grammatik der ersten erlernten Sprache recht, dann sitzt dieser Sinn im Brockerareal. Denn später erlernte Zweitsprachen werden offensichtlich mithilfe benachbarter Hirnareale erlernt. Das Brockerareal ermöglicht die Sprachmotorik, die Lautbildung, die Lautanalyse, die Artikulation und die Bildung abstrakter Wörter, wogegen das Verstehen und möglicherweise auch das Nachahmen von Sprache einer anderen Region, dem Wernickeareal, zugesprochen werden. Diese im 19. Jahrhundert entdeckte Zweiteilung ist heute immer noch gültig. Wobei das detaillierte Bild der Sprachverarbeitung durchaus komplizierter ist und Hirnforscher neuerdings auch andere Gehirnareale mit einbeziehen. Zumindest die erste Sprache wird also zunächst unbewusst gelernt und sie wird dabei sozial nachgeäfft. Ihre wichtigste Funktion besteht darin, zu verstehen und verstanden zu werden. Ob etwas verständlich ist oder nicht, bestimmen sowohl die Grammatik wie der Kontext. So kann der Satz, ich sehe schwarz, meinen, dass ich vor einem schwarzen Bild stehe und seine Farbe beschreibe. Ebenso gut aber kann er bedeuten, dass ich in einer Sache pessimistisch bin. Dem jungen Wittgenstein waren solche Sätze ein Gräuel, aber die Sprache wimmelt nur so von Mehrdeutigkeiten. Die schlichte Wahrheit, die jede Idee einer Präzisionssprache zum Scheitern verurteilt, ist, dass die Bedeutung eines Satzes durch den Gebrauch der Wörter geformt wird. Von möglichen Einwänden gegen den Traktatus wollte Wittgenstein zunächst gar nichts wissen. Mit seinem Buch, so meinte er auf seine unnachahmliche Art, habe er einen Beitrag geleistet und das Letztgültige über die Dinge gesagt. Deshalb machte es für ihn auch keinen Sinn mehr, der Philosophie, der er eine so folgenreiche Stippvisite beschert hatte, weiter zu dienen. Sein riesiges Vermögen verteilt er an seine Geschwister und spendet erhebliche Summen an junge Dichter, Maler und Architekten. Die nächste Etappe ist ein Ausflug in die praktische Pädagogik. Der zumindest in England hochgefeierte Philosoph besucht die Lehrerbildungsanstalt in Wien und verdingt sich gleichsam inkognito mehrere Jahre als Volksschullehrer in der österreichischen Provinz. Die Früchte seiner Arbeit sind katastrophal. Für die meisten Landkinder war er vermutlich eine Plage. 1926 quittierte er völlig entnervt den Schuldienst und arbeitete einige Monate als Gärtnergehilfe in einem Kloster. Im Anschluss daran findet er ein neues Projekt, auf das er sich mit Feuereifer stürzt. Gemeinsam mit einem Architekten entwirft und baut er seiner Schwester Margarete in Wien eine kubistische Villa, wobei er sich vor allem um die Gestaltung der Innenarchitektur kümmert. Das Haus wird ein Zentrum des gebildeten Wiens und auch der Wiener Kreis trifft sich hier oft. 1929 kehrt Wittgenstein nach 15 Jahren Abwesenheit nach Cambridge zurück. Den noch ausstehenden Doktortitel erhält er für den Traktatus, aber seine nachfolgenden Arbeiten sind in vielem das genaue Gegenteil dessen, was er in seinem Jugendwerk behauptet hatte. Er schreibt und arbeitet wie ein Besessener, aber nichts davon hält er reif für eine Veröffentlichung. Als einfacher Dozent lebt er von wenig Geld und von Stipendien und erst mit 50 wird er schließlich doch noch Professor. In all dieser Zeit war er ein Eremit, ein Asket, ein Guru und ein Führer. Wie einer seiner Schüler sich erinnert, eine Romanfigur, die vom Luxus in die Armut gefallen und schon zu Lebzeiten die Legende seiner selbst war. Dass seine Theorie von der Sprache als Abbild der Realität nicht stimmte, dämmerte irgendwann auch Wittgenstein. Den Rest gab ihm ein Kollege in Cambridge, der italienische Wirtschaftswissenschaftler Piero Sraffa. Als Wittgenstein betonte, dass die Sprache die logische Struktur der Wirklichkeit spiegele, strich sich Sraffa mit den Fingerspitzen der nach außen gekehrten Hand über die Unterseite des Kinns und fragte, was ist die logische Form davon? Wittgenstein gab seine Abbildtheorie auf. Sein Alterswerk, die philosophischen Untersuchungen, das er nach zahlreichen zuvor verworfenen Versuchen 1936 begann, widmete er Sraffa. Das Buch, das erst 1953, zwei Jahre nach Wittgensteins Tod erschien, gibt nicht nur die Abbildtheorie auf, sondern auch den Gedanken, dass man Sprache allein mit den Mitteln der Logik begreifen könne. Der malerischste Satz darin, der später die Dichterin Ingeborg Bachmann begeisterte, lautet, Unsere Sprache kann man ansehen als eine alte Stadt, ein Gewinkel von Gässchen und Plätzen, alten und neuen Häusern mit Zubauten aus verschiedenen Zeiten, und dies umgeben von einer Menge Vororte mit geraden und regelmäßigen Straßen und mit einförmigen Häusern. Wittgenstein erkannte, dass die Bedeutung eines Wortes sein Gebrauch in der Sprache ist. Statt Bedeutungen und Satzbaulogisch festzunageln, müssten sich die Philosophen darum bemühen, die Regeln des Sprachgebrauchs verständlich zu machen, die verschiedenen Sprachspiele. In diesem Zusammenhang entdeckte er schließlich die Bedeutung der Psychologie, die er zuvor leichtfertig abgetan hatte. Da Sprachspiele nicht im luftleeren Raum existieren, sondern in menschlichen Gemeinschaften, müssten sie nicht logisch, sondern besser psychologisch erklärt werden. Nicht Seelenexperimente zu machen, sondern Sprachspiele in ihrem sozialen Kontext zu erklären, sei das eigentliche Metier, für das die Welt Psychologen braucht. Denn die Hauptquelle unseres Unverständnisses ist es, dass wir den Gebrauch unserer Wörter nicht übersehen. Schöner formuliert lautet der Satz, was ist dein Ziel in der Philosophie? Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen. Wie schon im Ersten, so meldete sich Wittgenstein auch im Zweiten Weltkrieg freiwillig, diesmal allerdings auf englischer Seite. Als Assistent in einem Krankenhaus knüpfte er an seine Erfahrungen beim Flugzeugbau an und entwickelte Laborgeräte und Apparaturen, um Puls, Blutdruck, Atemfrequenz und Volumen zu messen. Vier Jahre lehrte er noch in Cambridge, bis er sich mit 58 Jahren früh pensionieren ließ. Die letzten Jahre verbrachte er in Irland und in Oxford. 1951 starb er an Krebs. Seine letzten überlieferten Worte sind ein Gruß an seine Freunde. Sagen Sie ihnen, dass ich ein wundervolles Leben gehabt habe. War Wittgensteins Traktatus eine Sackgasse gewesen, so wurden die philosophischen Untersuchungen zu einem sehr fruchtbaren Antreger sowohl für die Philosophie wie für die gerade erst entstandene Sprachwissenschaft. Eine neue Disziplin entstand, die analytische Philosophie, die wohl wichtigste philosophische Strömung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Philosophische Probleme, so der von Wittgenstein inspirierte Ansatz, müssen immer auch als Probleme des sprachlichen Ausdrucks verstanden und analysiert werden. Denn die Art und Weise, wie Menschen die Welt erfahren, ist immer durch ihre Sprache beeinflusst. Es gäbe keine reinen Sinneserfahrungen, die nicht durch sprachliches Denken getrübt seien. Ebenso aber gäbe es keine klare Bedeutung, denn Sprache ist immer mehrdeutig. In diesem Urwald der wechselseitigen Durchdringung von Sinneswahrnehmungen und Sprache schlägt die analytische Philosophie ihre Pfade. Die Sprachwissenschaft griff Wittgensteins Theorie der Sprachspiele auf und wendete sich der Bedeutung des Sprechens im jeweiligen Kontext zu. Der Engländer John Langshaw Austin und der Amerikaner John Rogers Searle entwickelten daraus in den 1950er und 1960er Jahren eine Theorie der Sprechakte. Denn wer etwas sagt, hat der Austin erkannt, der tut etwas. Und die entscheidende Frage beim Verständnis von Sätzen ist nicht, ob etwas wahr ist oder falsch, sondern ob die Verständigung im beabsichtigten Sinne gelingt oder nicht gelingt. Aus einer Wahrheitstheorie der Sprache wurde eine Theorie der sozialen Kommunikation. Die menschliche Sprache ist ein ausgezeichnetes Kommunikationsmittel. Mit Wittgenstein aber hatte die Philosophie erkennen müssen, dass Sprache kein exklusiver Zugang zur Wahrheit ist. Erst wenn man reflektiert, dass die Ordnungsmittel des Geistes, das Denken und die Sprache nicht die Wirklichkeit an sich aufräumen, sondern Modelle sind, um die Welt nach Maßgabe der eigenen Spielregeln zu erklären, kommt man dem Menschen näher. Wer unterschiedliche Dinge wahrnimmt, der erlebt auch anders. Und wer anders erlebt, der denkt auch anders. Und wer anders denkt, der benutzt auch eine andere Sprache. Was unter verschiedenen Individuen zu unterschiedlichen Denk- und Sprechweisen führt, unterscheidet den Menschen erst recht von den anderen Tieren. Die Grenzen des sinnlichen Wahrnehmungsapparates und die Grenzen der Sprache sind die Grenzen unserer Welt. Denn die Auswahl der Wortkleider unseres Denkens stammt aus dem übersichtlichen Kleiderschrank der menschlichen Spezies. So ist es gleichsam der ungeschriebene Verfassungsauftrag der Sprache, dass sie uns über den Realitätscharakter ihrer Aussagen täuscht. Sie wurde dazu gemacht, Wirklichkeit und Welt nach dem Bedürfnis der Spezies Mensch zu konstruieren. Benötigte die Schlange zu ihrer Orientierung eine Sprache, was sie nicht tut, weil ihre Verknüpfung der Sinneswahrnehmungen auch ohne Sprache auskommt, so wäre es eine Schlangensprache, die für den Menschen überhaupt nichts taugte, wie umgekehrt die Menschensprache nichts für die Schlange. Wenn ein Löwe sprechen könnte, meinte der späte Wittgenstein einmal sehr klug, könnten wir ihn nicht verstehen. Die philosophisch-psychologisch-biologische Reise zu den Möglichkeiten und Grenzen unseres Erkennens kommt hiermit zu einem vorläufigen Abschluss. Wir haben einiges über das Gehirn gelernt, seine Herkunft und seine Funktion. Wir haben seine Möglichkeiten gesehen, aber auch seine Begrenztheit. Wir haben erkannt, dass in unserem Gehirn Gefühle und Verstand oft untrennbar zusammenspielen und dabei gestreift, wie sich Ich-Gefühle und ein Selbstverständnis ausprägen. Es wurde klar, wie sich Bewusstes und Unbewusstes mischt und dass wir noch sehr wenig darüber wissen, wie das Gehirn Bedeutungen speichert und vergisst. Wir haben gelernt, dass das Gehirn ein sehr kompliziertes und ausgetüfteltes Organ der Selbstverständigung ist, allerdings eines, das nicht zum Zweck einer objektiven Welterkenntnis konstruiert worden ist. Wir haben gesehen, wozu unsere Sprache taugt und welche Schwierigkeiten sie damit hat, objektiv sein zu können. Über uns selbst und die Welt nachzudenken, bedeutet deshalb immer, mit einem Auto durch einen Fluss zu schwimmen. Oder mit einem Dreirad durch die Sahara zu fahren. Es geht. Aber es geht doch recht mühselig. Immerhin können wir jetzt einige wichtige Teile unserer Ausrüstung um unserem Tun und Lassen damit näher auf die Spur zu kommen. Die Reise zu uns selbst soll uns damit in eine andere Dimension vorstoßen lassen, zu der Frage, wie wir unser Handeln bewerten. Die Hirnforschung, die bislang so viele nützliche Dienste geleistet hat, tritt jetzt etwas zurück und gibt der Philosophie mehr Raum. Allerdings ohne deshalb völlig zu verschwinden. Wir werden sie also gelegentlich weiterhin zur Rate ziehen, auch bei der Frage nach Gut und Böse. Doch was immer uns die Biologie dazu erzählen kann, die Frage der Moral ist und bleibt eine philosophische und vielleicht eine psychologische Frage. Woher kommen unsere Maßstäbe für richtig und falsch? Wonach bewerten wir unser Verhalten und wieso tun wir das überhaupt? Teil 2 Was soll ich tun? Kapitel 11 Paris Rousseaus Irrtum Brauchen wir andere Menschen? Danke fürs Zuhören. Schreibt mir doch einfach in den Kommentaren, wie euch dieses Kapitel gefallen hat. Und wenn ihr keins mehr verpassen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie receivers Böse und Sie Jahre kommen und ich verwende telescope und we vor aus Von � von